Wir haben so viel Erfahrung, deswegen mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass wir jetzt das Finale nicht gewinnen. Mit meinem Kollegen Shigila haben wir vor dem Spiel schon ein bisschen gewitzelt, was man machen könnte. Da habe ich gesagt, okay, pass mal auf, halt mal das Handy bereit, ich habe etwas vorbereitet und es hat dann ganz gut geklappt. Im Finale weiß ich noch nicht so wirklich, was ich da machen werde. Beziehungsweise will das auch noch nicht preisgeben. Es gibt mir ihre Vorschläge. Mal schauen, was denn letztendlich da für ein Jubel zustande kommt. Ich glaube, da gibt es zwei, drei, die man schon ein bisschen fürchten muss. Lennart Hartmann ist ein sehr guter Spieler, gute Technik. Durim Ilesi auch. Aber auch Manuel Koschke ist da sehr gefährlich nach vorne. Da müssen wir aufpassen. Eins gegen eins haben wir einfach fünf, sechs Spieler, die ein Spiel entscheiden können und ich glaube, da sind wir in Deutschland weit gefürchtet. Wir haben so viel Erfahrung, deswegen mache ich mir eigentlich keine Sorgen, dass wir jetzt das Finale nicht gewinnen. Ich habe, bis eigentlich mal in Deutschland. Wir haben das mit dem Jahr. Wir haben das mit dem Jahr. Und die Musik kann, wenn wir übersehen, wir spielen werden. Wie und die Musik kann können, können wir das jetzt. Ich bin wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020